Willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Geralt von Riva ist endlich mit seinen Cosmetics jetzt verfügbar und die Aufträge sind jetzt ebenfalls online, um die ganzen Items zu bekommen. Ich werde euch beim Auftrag helfen, ein Emote im Thronsaal von The Citadel einzusetzen und darum geht es eigentlich in diesem Video nur. Die anderen Aufträge sind selbstverständlich, Freunde. Also aktiviere Perks in verschiedenen Matches, besiege einen Boss, wie zum Beispiel den zeitlosen Champion. Ganz einfach und die anderen Woche 10 Aufgaben sind jetzt ebenfalls online, aber die sind genauso selbsterklärend. Das ist nicht so einfach, äh, nicht so schwer, meine ich natürlich. So, Freunde, The Citadel kennt ihr ja, es ist einfach das Schloss von zeitlosen Champion und sein Thronsaal ist hier, auch wo sein Thron ist natürlich. Also tanzt ihr einmal und dann schließt ihr automatisch die Aufgabe ab und bekommt das Emote oben drauf. Ich hoffe, ich konnte euch helfen lassen, neigt da unten, Abo, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.